Hm Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-schnittprogramm Nein, Kopfhörer Ja, Kopfhörer haben wir noch, genau Wollten wir uns ja noch holen Nein 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 Ja, Monitor, genau, Monitor war noch Können wir uns, glaube ich, sogar holen Ich glaube, das machen wir Eine bessere CPU Wir holen uns eine bessere CPU Und den besseren Monitor Dann müssen wir gleich wieder ranklotzen, was Videos angeht Zeige das Video Hochladen Wir müssen gleich ranklotzen, was Geld angeht Wir müssen gleich definitiv ranklotzen PC World Dein Ernst, wir haben vier neue Sachen in der Ich glaube, wir können gleich wieder bessere Sachen kaufen Dann müssen wir gleich unbedingt wirklich den besseren Also den unteren PC Verbessern Mach ein Video Nein, noch nicht Noch nicht, noch nicht, noch nicht Äh, öffnen Nein, wir machen das noch nicht Wir machen das noch nicht Wir können das noch nicht machen Er geht gleich an Computer 1 Ja, hier Haben wir noch was? Kommt noch irgendein Paket an Nee, ne? Nee Gut, dann machst du jetzt ein Video Davon noch ein Gameplay An Arbeitsplatz 1, bitte Ja, ist richtig Ist richtig Jo Ach ja Gut Schön Schön, schön Ergebnis anzeigen Super Zeige das Video Ist okay Ähm, wir brauchen bis in 13 Tagen Ne, in 12 Tagen 2900 Das kriegen wir auf jeden Fall hin Das kriegen wir auf jeden Fall hin Er macht ein Video Genau Sie kann gerne Auch nochmal ein Video dazu machen Aber sie macht ein Video zu dem Spiel Und zwar noch ein Gameplay An Arbeitsplatz 2 Haben wir hier eigentlich Nein, den könnten wir auch bald mal aufrüsten Aber erstmal kommt der Der hier Geh nach oben Du gehst kurz eine Runde schlafen Dann eine Runde essen Und danach machst du den Kurs Schlafen Essen Es ist doch nicht fertig Okay Welcher Rechner? Kein Ding Hat der hier unten Okay Essen Hotdog Setze deinen Kurs fort Ergebnis anzeigen Das Geld haben wir gleich für die Miete zusammen und so Das ist sehr schön Wir sollten langsam mal zu einer Veranstaltung eingeladen werden Weil das ist ja ein monatliches Ziel Zeige das Video Ist okay Video Qualität ist ziemlich gut Ergebnis anzeigen Aufrüsten Wir müssen den Rechner unten aufrüsten Kurs Pausieren Und du machst noch ein Video Zu dem Spiel Noch ein Gameplay Meinetwegen An Arbeitsplatz 1 Fortsetzen Das Video wird so schnell hochgeladen Und so schnell gerendert An dem Rechner oben Das ist sehr sehr schön Das ist sehr 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 schön Habe ich denn noch Kaffee? Nein ich habe keinen Kaffee mehr Ja ist okay Ich brauche keine Freundschaft mit dir Ryan So dann gönnen wir uns hier erst mal Eine gute CPU Und das beste Schnittprogramm Kaufen Mehr brauchen wir für den Rechner unten erst mal nicht Sie hat das Video fertig Nice Zeige das Ergebnis Oh Gott Wir müssen gleich ein neues Spiel kaufen Doki Kauf mal ein Amazing on Heute ist der 20. Juni 15. Juni 5. Juni Mai 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 Alles Mai Erster Zweiter Vierter Juni Ja müssen wir den 15. Juni nehmen Vielleicht sollte ich auch mal alle Konsolen öffnen Äh kaufen Alle Konsolen wirklich Und das neue Handy kann ich ja kaufen So Er ist fertig mit dem Video Zeige das Ergebnis Ist okay Hochladen Das neue Spiel ist da Das heißt Du machst ein Video Eine Preview zu dem Spiel Äh Anrechner 2 Äh Und wo ist er? Alter Du machst ein Gameplay zu dem Video Ein Rechner 3 Und wir machen Oh Mann Gehen nach oben Und machen davon Oh Gott Das ist hier so weit unten Dass wir Läupen Wir machen dazu Ein Video Auch ein Gameplay Aber es ist das zweite Gameplay Soweit ich das jetzt noch weiß Zwei Weiter Tim 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 Okay Ähm Ja wir hätten vielleicht noch vorher ein bisschen schlafen gehen können oder sowas Aber okay Wir nehmen ein Eine formelle Begrüßung Dann nehmen wir hier Hauptmenü Einen lustigen Kommentar Hier brauchen wir so ein Wir nehmen Wir nehmen den Professionellen Hier brauchen wir Verrückt Okay Haben wir nicht Scheiße Dann nehmen wir das Du hast Äh Den letzten Key gemacht Wir nehmen den singenden Kommentar Zeit bevor das Spiel startet Äh Wir brauchen den sinnlosen Kommentar Gut Ein normales Spiel Ähm Fachlicher Kommentar Ah wir haben davon nichts Verdammt Dann nehmen wir den ernsten Kommentar Ähm Feierlicher Schrei Ne konstruktive Kritik Komm bitte lass das eins sein Nein Okay Ähm Moment Pause Als erstes muss ihr Video hochgeladen werden Wo ist sie denn Wo ist sie denn Da Zeige das Ergebnis Oh ja Hochladen Nein 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 Zeige das Ergebnis Hochladen Zack Wir machen das Video weiter Ja Ja Doki Äh Video weitermachen Ach danke Okay 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 wir haben das hier als einziges Dann brauchen wir auf jeden Fall Obens eins Ähm Nehmen wir auf jeden Fall den Der bringt schön viel Ton Da würde ich sagen Da würde ich sagen Dann müssen wir den hier nehmen Dann nehmen wir das Dann würde ich sagen 2 können wir noch nehmen Was nehmen wir denn da Ich würde sagen den Und den Dann brauchen wir Das hier noch ein bisschen Davon noch ein bisschen was Ähm Wir haben noch 12 Okay Das kostet 12 Okay dann nehmen wir nochmal das Und das Rendern Schön Hochladen Gut Ähm Dann würde ich sagen Gehen wir schlafen Dann gehen wir essen Wir kriegen 1000 Dollar Durch das Video von ihm Oh wie geil So Dann Rüsten wir nochmal Unseren Rechner auf Ich glaube wir haben hierfür Nämlich nochmal neue Sachen Die wir kaufen können Wir essen eine Pizza Mhm Mhm Schön 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 Mene Güte Mene Güte Der Monat ist auch bald um Wir haben immer noch keine Veranstaltung Besucht Shit CPU Gibt es nichts Neues Eine Tastatur vielleicht Auch nicht Oder haben wir doch alles Ich glaube wir haben doch alles Es könnte sein dass wir alles haben Nein wir können auch neue Kopfhörer kaufen Okay Jetzt haben wir aber erst mal für das alles Für den Rechner Nice Dann würde ich sagen Starten wir den Rechner unten rechts aus Arbeitsplatz 2 Äh aufrüsten Du machst nochmal ein Video Äh dazu Ein Gameplay Auf Rechner 3 Okay auf Rechner 1 meinetwegen Ist okay Und du machst auch nochmal Ein Gameplay Äh verweigern Äh Video starten Aber auf Rechner 3 Ja wir haben hier halt noch nichts Wir müssen Ja Und das ist Gameplay 4 So wir rüsten jetzt den Rechner aus Genau CPU Warte wie viel müssen wir zahlen 3100 Wenn wir 1800 haben Warte 3100 ne Gut dann können wir Hierfür nochmal Ich glaube Neues Schnittprogramm kaufen Ja Gut dann würde ich sagen Auf jeden Fall Wir haben noch 5 Tage Und Ja gut Wir haben ja noch ein paar Videos Die ein bisschen Geld einbringen Neue Webcam Und das neue Mikrofon Auf jeden Fall So Dann würde ich sagen Haben wir noch eine 3100 Das gibt alleine 1400 So So Und So Haben wir alles Beste oder Ja 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 Und Ja Nochmal für 2000 Einkaufen Gebt uns anzeigen Hierfür schon mal Geld Wir würden uns im Namen Honey freuen Ja klar Honey PSP Ich glaube die besitzen wir sogar Eine Preview sollen wir dazu machen Eine Preview Okay Zack Okay Zeigt mir bitte das Video Anzeigen Hochladen Anzeigen Hochladen Gut Wir haben genug Geld Oh Oder Ja Haben wir Auf jeden Fall Oh Schön 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 So Das Video ist gleich oben Das ist schön Der Rechner ist gleich komplett ausgestattet Das ist noch schöner Geh nach oben Zack Äh Reparieren lassen bitte Komm ich warte auf das Spiel Ach Kopfhörer Nein Bleib hier oben Öffnen Ah Das Spiel ist da Okay Ähm Einkaufen Ich hoffe wir haben die Honey PSP Sonst müssen wir sie ja schnell holen Ups Darauf wollte ich nicht Das Wir haben die Honey PSP Okay Nice Von welchem Spiel Von Mach es Preview Vor dem Wow Spiel wählen Das dürfte das Neueste dann sein Ne Ja Preview Schnell Arbeitsplatz 1 Ja Yo 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 Fortsetzen Preview Gut der Rechner ist komplett ausgerüstet Äh Ladespiel Äh Formelle Begrüßung Oh Ich hab nicht drauf geachtet Ausschnitt Ähm Sarkastischer Kommentar Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt Feierlicher Schrei Sinnloser Kommentar Startest Äh Die Dekoration eines kleinen Hauses Äh Nehmen wir konstruktive Kritik Nice Ladebildschirm Ähm Kurzer Kommentar Unvorsichtiges Gehen Wütender Schrei Shit Nice Das passt Dafür brauchen wir da Das gleich Auf jeden Fall Na gut Nehmen wir das Ah das war richtig Was Warum ist der Wo ist der mörderische Blick hin Lol Tro lolololololololol Zack Ähm Was bringt uns mehr, ich glaube das bringt uns mehr Nehmen wir das Dann können wir das dranhängen Und das dran Hängen Dann wäre das hier Eine gute Möglichkeit Danach das hier. Und dann können wir das noch irgendwie anders bessern. Nein, ich glaube nicht. Dann würde ich sagen, was bringt hier noch am meisten Punkte? Was bräuchten wir noch? Das hier machen wir dann einfach dahin. Dann brauchen wir auf jeden Fall das hier. Sagen dies. Ein bisschen Hintergrundmusik und fertig. Ja, unglücklicherweise haben wir ja, wir haben ja auch keine Einladung zu irgendeinem Dings Event bekommen. Mann. Mein Läufiger, wir nehmen. Danke. Gut, gehen wir halt wieder in ein anderes Netzwerk rein. Puh. Arschig. Äh, gehen wir eine Runde schlafen. Bisschen essen. Ähm, du machst bitte ein Video. Und zwar davon noch ein Gameplay. Ja. An Rechner zwei. Ja. Kein Ding. Nervige, wütende Klinge. Nervige Kritik. Gut. Ähm. Ja, klar, machen wir. Irgendwie demnächst. Jetzt war es. Nein, noch nicht. Okay. Nein, ich blasse es ab. Ich gehe jetzt noch nicht zu dem Event. Ich will aufrüsten. Den Rechner. Ne, abbrechen. Ich will nicht. Nö. Einfach nö. Äh. Ich will den Rechner aufrüsten. Denn den könnten wir, glaube ich, fast komplett verbessern. Kannst du jetzt mal aufrüsten. Und du gehst ein Video machen. Und zwar zu dem Spiel eine Review. An Rechner 1. Ah, mein Ohr gejuckt. Ist ja. Oh, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Gut, kaufen wir uns das erste Mal eine... Ah, hier ist schon die beste... Ah, CPU ist schon drin. Okay. Kaufen wir die beste Tastatur. Kaufen wir den besten Monitor. Kaufen wir die beste Maus. Kaufen wir die beste Webcam. Euiuiui, das ist echt teuer. Für ein Webcam? Für das Mikrofon ist es echt günstig. Kopfhörer... Nein, erst mal ein neues Schnittprogramm. Das Beste ist schon drin, genau. Kopfhörer. Mein Einkaufswagen ist voll. Schnauze. Kopfhörer. Und zack. Kaufen. Gut. Zeige das Ergebnis. Oh Gott. Das Gameplay ist aber... Ich würde sagen, verkaufen wir gleich den Rest unserer Spiele erstmal. Öffnen. Und... Ja. Nachdem er auch sein Video fertig gemacht hat, beende ich aber auch erst mal die Part. Und da spiele ich bis eine Million Abonnenten. Ne, mache ich nicht. Beende ich erstmal die Aufnahmesession. Wow. Ich meine... Ich bin jetzt seit einer Stunde dabei. Und mein Kaffee ist... Das ist meine Mama hat mir eben gesagt. Also geschrieben halt. Oh, schönes Review. Oh, schönes... Oh. Schön. Hochladen. Definitiv. Neue Karte. Ähm. Okay, Auszüge einer bekannten Serie. Das ist ja einfach so... Wir machen gleich nochmal unsere Karten fertig. Unsere Karten. Intro. Wir brauchen verschiedene am besten. Wir brauchen nicht zweimal... Oder mehrmals... So ein Intro. Würde ich sagen... Nehmen wir nochmal ein lustiges Intro. Also ein lachendes. Coole Begrüßung. Nehmen wir mal die tanzende Begrüßung. Irgendeine wütende. Ne. Ne wütende brauchen wir nicht, denke ich. Aber wir nehmen nochmal das... Begrüßung mit Nachahmung. Ja, nehmen wir die. Nehmen wir... Nehmen wir... Hier... Haben wir... Haben wir alles drin? Weiß ich nicht. Einmal lachend. Ja gut, mehr haben wir das aber auch nicht. Wir haben dafür viermal wütend. Zweimal... Was auch immer. Nehmen wir das... Ich glaube, das ist okay so. Langer Kommentar. Nehmen wir mal den langen Kommentar mit rein. Nein. Äh... Nein. Gut. Die nervige Kritik will ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Davon haben wir nämlich gar... Also, was... Diesen... Weiß nicht. Witzdings da. Ähm... Zweimal lachend. Dreimal wütend. Okay, wir nehmen wütend mörderischen Blick raus. Ne, wir nehmen die lustige Kritik raus. Hm, 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 hm. Das nehmen wir raus. Ich will das Danke haben. Obwohl, am Ende habe ich niemals viel übrig. Wir nehmen eine Abspann mit rein. Wir nehmen... Musik... Nein. Verabschiedung... Nein. Musik-Outro... Und urheberrechtlich geschütztes Video. Machen wir so einfach. Passt schon. Ähm... Das Review... Das... Äh... Schlied gerade hoch oder beziehungsweise ist gerade noch dabei. Wir haben gleich die Million, okay. Das will ich aber im nächsten Part erreichen. Shit. Können wir eigentlich dem alten Netzwerk wieder beitreten? Nein. Gesperrt. Wie lange auch immer. Wir müssen denn drei Product Placements machen, Alter. Wow. Das ist heftig. Das ist heftig. Mhm, mhm, mhm. Ja, aber wir haben diesen Monat, glaube ich, zwei gemacht, oder? Hatten wir zwei? Ich glaube, zwei. Oder zwei? Äh, zwei. Oder... Äh, zwei... Ich kriege den Finger nicht hoch. Ich kriege den Mitt... Ich kriege den Ringfinger nicht hoch. Äh. Ohne, dass ich den Mittelfinger bewege. Das geht nicht. What the fuck? Ähm. Gut. Dann würde ich sagen, Leute. Wir sehen uns erst mal bei... Das... Das... Vielen Dank.